hey leute da bin ich wieder so mal schauen jetzt müssten wir hier uns eigentlich ein bisschen mehr kaufen können diesmal leider ohne land hier oder peter aber mit sind sauer und öfflingen gegen wie gangplank und wenig darf nicht so schauen wir mal was das wird ich hoffe natürlich das wird super auserwählte der sonne ein geschwörer hat das spiel von was soll klasse ich glaube nicht der hat mit absicht verlassen sondern der hat nicht sie oder neul abstürzt oder sonst was denn der kam eigentlich beim der schimpfen das war ziemlich gut rüber ja sag ich mal hat auch mit uns geredet ein bisschen ich hoffe nur der kommt schnell wieder ich hoffe er kommt überhaupt wieder netter so ein mensch ist so ich sollte es unbedingt abhauen am ist hätte ich die wie gestern wäre jetzt tot komm schon wie ich will dich töten und bin selbst dabei gestorben scheiße wir sind alle gestorben 340 bräuchte habe ich eh gleich so dann als nächstes natürlich unser starb der zeit alter so der noob so heißt er der wollte top sein wir gehen jetzt bord mit evelyn habe ich immer gewundert ob gefragt ob man gegen den türmen irgendwie gegenstände geben kann aber ich glaube dann kriegt man sie nicht mehr zurück die Tiere können in 30 sekunden eingenommen werden das finde ich geil so warte nur bis ich level 3 habe dann kann ich mich zu den hilfworten das findest du nicht mehr toll dann was sind denn die sind wahrscheinlich ok mache ich bin unterwegs ja geil super noob schauen wir mal die anderen sind dort unten und nur die wie ist er wieder tot schauen wir mal ob ich schaffe ich stelle mich hier drauf und porten mich zurück ja geschafft aber ich kann mir leider nichts kaufen voll geil wir haben beide altäre so level 3 zu mir nicht gut gar nicht gut nein ich muss sofort abhauen abhauen komm schon ich schaffe es und ich hab's geschafft so dann kann ich mir jetzt mehr leben kaufen mit dem rinke finde ich nicht toll immer wachsam immer wachsam ja finde ich auch sollte man immer sein hey das hier sieht aus wie so von einem Insekt mit Sicheln an den Händen seht ihr das? hier ist der Körper da die Arme und die Sicheln voll geil so der erste Altar kann schon eingenommen werden ich werde euch beschützen ich werde euch beschützen ich werde euch beschützen was? was? bleibt und kämmt was war das jetzt für ein Scheiß und komm schon stirb auch einfach komm schon Ja! Haha! Geschafft! So, jetzt haben wir unseren Katalysator des Beschützers Puh, das war jetzt schon sehr knapp Ah, der Tum hat mir zum Glück geholfen Und wir haben immer noch beide als Ehre, finde ich, geil Ah, die anderen beiden nehmen auch schon wieder Oh, okay, er braucht gar keine Hilfe Oh, aber die haben mir hier rechts mein Altar genommen Oh oh Nein Komm schon Nein Stirb Nein Oh oh Erst müssen sie an mir kommen Wieso? Ach komm, muss ich jetzt echt so machen? Okay Okay, dann halt so Schaffen wir nicht mehr Aber das hier schaffen wir noch Oh oh, nein Nein, scheiß Wein Die hat mich zu den Minutes geschobst Bleib auf der Ruhe Nein Nein Sind's Au Oh oh, Evelyn Nein Mist Ich war zu weit weg, verdammt Ich spüre die Macht der Sonne Naja, aber da kann man auch jetzt auch nichts mehr machen Die leben alle wieder So, warum helfe ich nicht? Ich fange da jetzt nicht mit irgendwelchen langen Erklärungen an Ich war ja unterwegs, nachdem ich es gesehen habe Ein Gegner wurde getötet, finde ich geil So, was sind die anderen, aber Oh oh, nicht gut Komm schon Turm, du fällst jetzt So, und jetzt gehe ich schnell hier raus Und zack, er hat mich nicht mehr gesehen Und dann greift er wieder die Minions an Ja, geil Ja, geil Ja, wir gehen schon Nein, ich muss abhauen Nein Mist Hilf nicht So, dann schauen wir mal Gangpland ist normal, das weiß ich Wie auch Und die sind ja alle drei auf normalen Schaden Das ist ja geil Kann ich absolut auf normalen Schaden gehen Also auf Rüstung Dann wird es noch einfacher Für mich zu überleben Wenn nur normaler Schaden da ist Aber die haben ja meinen Altra schon wieder eingenommen Das mag ich gar nicht Komm, du kriegst ihn, oder? Ja So, wir könnten die Vayne Kriegen Ah, oder hier Gangplank Ich werde euch beschützen Ich werde euch beschützen Die leben jetzt alle wieder Nein Nicht in den Turm rein So ein Mist Der Turm noch schon ein bisschen Tug Mehr Bisschen zerstört wäre So, nehmen wir wieder unseren Altar ein Was? Der stört Er verliert sich zurück Zuerk ziehen Nein Oh Nein Ich habe gehofft Ich mache die Attacke noch rechtzeitig Danke Du lässt sie in Ruhe Ja So, jetzt sind alle tot Bis auf V Oh, die lebt wieder Und die kommt direkt auf mich zu Komm schon mit Jens Häft mir Ich glaube, das wird nichts Ich glaube, ich brauche mich jetzt hier zurück Machen wir es der Evelyn nach Wir haben ja schon über 1000 Gold Die wir wieder ausgeben können So, dafür kriegen wir jetzt einen Ninja Teppi Und Ja, der ist nicht ganz 170 So, gehen wir wieder runter Nein, jetzt nehmen wir wieder mein Altar ein Böse Wayne Schande über dich Oh oh Obwohl Wieder ein neues Level Das erste Licht Ja, was denn jetzt Evelyn So Boah, die haben wir zerlegt Habt ihr das gesehen? Glaubst du, der Altar ist gleich wieder bereit Evelyn Hey, die wie wir jetzt da unten Wir werden durchtrennt So, also ich glaube, das Boah, jetzt steht immer uns an 1414 Bin mal gespannt, wie es ausgeht Äh, das könnte zu riskant sein Nein Nein Lasst mich in Ruhe Nicht gut Gar nicht gut Gar nicht gut Nein Äh, ja, jetzt können wir uns zwei Sachen kaufen So Komm schon, tötet sie beide Ja Ja Zumindest einer tot So 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 Wir gehen jetzt hoch Der Flyn helfen Ich werde euch beschützt. So, komm. Mir bleibt es eine schöne Gegner. Noch nicht schön, nie. So, unseren Altar wieder einnehmen. Was denn der ist da? Enthüllt. Stehst du auf einem gegnerischen Altar, bist du für die Gegner sichtbar. Ach, du greifst die an. Ich habe da doch gerade was gesehen, oder? Stirb! Ich sollte besser abhauen. Das hier nehme ich mal mit. Was ist mit Sinnlos? Kann es sein, dass der FK ist? Ich hoffe es nicht. Aber der bewegt sich immer noch nicht. Das ist nicht gut. Die B kommt wieder. Ich gehe mal runter zu Evelyn. Sicher ist sicher immerhin. Da kommt Gangplank. Was ist mit Sinnlos? Wieso macht der nichts mehr? Ah. Nicht gut Scheiße, alle drei fast tot Wir hätten alle drei fast gekillt Und das, obwohl 10 AFK ist Aber eigentlich wollte ich mich ja unten zu Gangplank-Porten Verdammt, ich habe ein bisschen daneben geschossen, so wie es aussieht Hm, naja Nein, unser Alter Gangplank, du Schuft Ach, moin, ich brauche ja 625 hier jetzt gerade Ich mag es überhaupt nicht, wenn einer AFK ist Aber ich finde es geil, dass wir Ähm Alle drei fast gekillt hätten Obwohl wir Nur zu zweit waren So, ich bleibe jetzt einfach mal bei Evelyn Ah, unser Turm oben ist fast zerstört Das ist nicht gut Wir schauen unser Turm unten aus Der ist noch heil Ah, mein Xen, du Idiot Wieso kommst du nicht zurück? Wir haben auch keine Meldung erhalten, dass er das Spiel verlassen hat Der ist also einfach nur AFK und schaut zu Oder hat der Ist vom Computer weg oder was weiß ich Vielleicht muss der mal kurz aufs Klo oder so Oder mal länger aufs Klo Uh oh Yeah, ein Ass Und das ist zweit So, und jetzt muss ich ganz schnell weg Nein, muss ich nicht Also wir sind mal echt gut Muss ich sagen, so als Team Seid schnell dahinter Das Nehmer Yeah, super Evelyn So, jetzt kaufen wir dann auch gleich leises Wunder Vor allem anderen So, und jetzt Das da Dann das Und für das da reicht es Leider Oh, Moment mal Das warten wir noch schnell Komm schon, ein bisschen schneller Jetzt hat So, ich geh da mal nach oben Denn der Turm hält ja nicht mehr viel aus Und ich will nicht, dass er zerstört wird Oh nein Oh oh Sorry, ich war zu spät Komm her, trau dich nur Ich kill dich am Turm Aber ich befürchte eher, dass die den Turm oben zerstören wollen Wieso greift mich der Geist an Wie schaut's aus Ah, der Turm, der kommt zurecht Wenn ich Oh nein, jetzt ist Gangplank oben Nein, wie auch So, ich konnte den Turm retten gerade noch so Und jetzt schnell runter zu Und jetzt schnell runter zu Evelyn Blöde Wayne Nimmt uns einfach den Turm ein Also ich glaube, wir hätten aber auch schon längst gewonnen Wenn es Sinnig wäre Ach, jetzt kriegen wir die Meldung, dass er das Spiel verlassen hat Na, klasse Da sind sie Die Sonne geht immer wieder auf So Zu mir Nein Mist Das war ein Fail von der Ulti Hier habe ich falsch platziert Mist Das Zwielicht vergeht Das sind wieder zwei von denen Schauen wir mal Komm schon Stirb doch einfach wie Oh oh Nein Oh Mann, dieser Xen Unser erster Turm wurde zerstört Der wird wahrscheinlich auch zerstört Und der oben dann auch Und wir können nichts machen Weil Xen nicht da ist Komm schon, Evelyn Ach, das schaffst du auch nicht mehr Jetzt ist unser erster Nibiter zerstört Jetzt wird nichts Mist Nein Wir zerstört mir den Turm nicht Nicht gut Und tot Ja Gangpland hast du gekillt Die Vein ist leider schon abgehauen Oder ist die Feuer gestorben Nein, abgehauen Ah, Mist Sim Sim, du Ernsthaft Ah, Mann Aber ich muss sagen Wir sind sehr gut dafür Da wissen wir nicht zu zweit spielen Evelyn Hau ab Ich kann ihn nicht eröffnen Ich bin noch tot Nein, jetzt bist du tot Mist Und es ist kein einziger Turm mehr da Hau mich rum so viel du willst Aber ich will nicht in der Nähe des Minions sein Ach so, jetzt bin ich wieder da Leit Ah, Mist Zu viel Schaden von den Minions Schauen wir mal Ähm Schatten Altäre Was? Ah, ne, Basal 541 Schaden Normaler Angriff Naja, verloren Jawohl Die anderen zwei machen gar nicht Ah doch Vein ist da oben Gangpland ist auf K Wie es ausschaut Ist auch auf K K gegangen Nee, der ist da Der nimmt hier gerade den Altar Ja, wie wurde der getötet? Oh, aber das könnte gefährlich werden Ja, ich liebe ich wieder Dann können wir wieder zusammen kämpfen Komm schon Nein, jetzt ist der zweite auch zerstört Komm schon Sterb doch einfach Nicht gut Gar nicht gut Nein Ah, Mist Fast Ja, das Spiel ist aus Tja, schade Ähm Das Schuld, das wir verloren haben Hat Sinn Eindeutig Aber wir hatten eine Chance Wir hatten eine Chance Wir waren sehr gut Bis wir dann Naja Keine mehr hatten Nein, bis wir Bis die jetzt dritt einfach besser Besser gespielt haben Vorher und eins sind immer rund gelaufen Naja, egal Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal Hoffentlich ist dann keiner mehr Alfk Ich mag das überhaupt nicht Ähm Also dann, ciao Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020